Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Zu langsam und zu wenig, Hilfe für Gaza kommt nicht rechtzeitig. Gaza erhält Unterstützung, begrenzt und verspätet. Die Situation in Gaza ist bekanntlich kritisch. Doch die internationalen Hilfslieferungen scheinen diesen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Experten behaupten, dass die Unterstützung unzureichend ist und zudem zu langsam ankommt. Trotz der Versprechen vieler Länder, Gaza in der Notlage zu helfen, ist die Realität ernüchternd. Laut der Vereinten Nationen erhielt der Gazastreifen bislang nur 27 Prozent der zugesagten Hilfsgelder. Die langfristigen Auswirkungen dieser Situation sind verheerend, insbesondere für die sozioökonomische Entwicklung des Territoriums und das Wohlergehen seiner Bewohner. Die Lieferungen sind viel zu langsam, erklärt Ilaria Allegrozi. Eine regionale Expertin für humanitäre Hilfe der globalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Das System der Lieferkette ist zu komplex und nicht gut genug organisiert. Oft kommen Lieferungen zu spät an oder kommen nicht an den richtigen Bestimmungsort, fügt sie hinzu. Angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie hat sich die Lage in Gaza noch verschärft. Die medizinische Versorgung ist stark eingeschränkt, da die notwendigen medizinischen Vorräte und Geräte fehlen. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Die Welt darf Gaza nicht vergessen, appelliert Dr. Yunis El-Khatib, Präsident des palästinensischen Roten Halbmonds. Trotz der Isolation und des Konflikts sollte die humanitäre Hilfe nicht politisiert werden. Sie ist ein Menschenrecht und Gaza braucht dringend unsere Unterstützung. Die internationale Gemeinschaft ist aufgerufen, ihre Bemühungen zu verstärken und die Hilfslieferungen sowohl quantitativ als auch qualitativ zu verbessern, um den dringenden Bedürfnisse der Menschen in Gaza gerecht zu werden. Nur durch eine erhöhte und effizientere Hilfe kann die sich verschlimmernde Krise eingedämmt werden. Artikel von Anita Farke, Samstag, 27. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.